Zuckersüß verliebt Ein Liebesroman von Karin Lindberg Gelesen von Corinna Dorenkamp Eine Hardroom-Produktion Kapitel 1 Von wegen Märchenprinzessin. Charlotte richtete sich das Plastikkrönchen und schnitt ihrem Spiegelbild eine Grimasse. Das Kunsthaar schimmerte golden im Sonnenlicht. Unter der Perücke und der dicken Schicht von Theater-Make-up, das sogar ihre ungeliebten rötlichen Sommersprossen verbarg, schwitzte sie wie verrückt. Was für ein irrsinnig heißer Tag für Ende Mai. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Deo unter diesem pinkfarbenen Polyester-Albtraum, den die Geschäftsführung des Freizeitparks allen Ernstes Prinzessinnenkleid nannte, versagen würde, lag bei 100 Prozent. Privat mochte sie es lieber natürlich und weniger bunt, aber hier fragte niemand nach ihrer Meinung. Sie sollte sich endlich etwas Neues suchen und kündigen. Doch solange sie hier noch arbeitete, würde sie mit der Verkleidung leben müssen. Wie mit vielem anderen auch, weil sie nun mal eine Sterbliche war, die Rechnungen zu bezahlen hatte. Bei ihrem nächsten Job würde sie das Kleingedruckte genauer lesen. Charlotte schlüpfte mit einem Seufzen in die unbequemsten Schuhe aller Zeiten, auf denen sie heute bis zur Schließung des Freizeitparks durchhalten musste. Augen auf bei der Berufswahl, brummte sie, dann trat sie aus der angestellten Umkleide hinaus ins gleißende Licht. Kein Wölkchen zierte den strahlenblauen Himmel. Für einige Sekunden schloss sie die Augen und genoss diesen Moment für sich, obwohl sie zu spät dran war. Stumm erinnerte sie sich daran, dass es ein Privileg war, draußen arbeiten zu können und nicht in einem stickigen Büro sitzen zu müssen. Frau Knottenkamp, ertönte eine ihr leider zu gut bekannte Stimme, die Charlotte zusammenzucken ließ. Sie brauchte nicht hinzusehen, um zu wissen, wer ihren Frieden störte. Sie öffnete die Augen und versuchte dabei, ihrem ätzenden Boss nicht zu zeigen, wie genervt sie war. Mit dem hatte sie gerade nicht gerechnet. Während er fortfuhr, verspannte sie sich zunehmend. Sie schluckte den Spruch hinunter, den sie ihm am liebsten vor den Latz knallen wollte. Seine speckige Halbglatze glänzte in der Sonne und unter seinem Kurzarmhemd zeichneten sich die Ränder des weißen Feinrippleibchens ab. Herr Brandner war nur wenige Jahre älter als Charlotte, trotzdem trennten sie Galaxien. Er war cholerisch, dazu hatte seine Spießigkeit sadistische Züge. Er war gerne gemein zu seinen Angestellten. Außerdem hatte er Charlotte bereits bei der Einstellung übers Ohr gehauen. Sie hatte sich auf eine Stelle im Marketing beworben und gelandet war sie schlussendlich im Kostüm eines Parkmaskottchens. Im Winter war es noch schlimmer. Da durfte sie Parkwerbeprospekte abstempeln und eintüten, die dann verschickt wurden. Gut, wenn man es genau betrachtete, war das auch eine Form des Marketings. Allerdings nicht die, die sie sich während ihres Studiums in schillernden Farben ausgemalt hatte.